Den 50 gegen 50 Hallo, Xcloud! Mir geht's gut, und dir? Noll Ah, die haben das jetzt geändert, wie lustig So, Leute, nicht wundern Achso, okay, ja, kein Problem Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Fortnite Wir sind hier gerade auf Twitch und Hier bei YouTube jetzt Und ich bin mal sehr gespannt Ich bin in diesem 50x50-Modus Ja, Ostsee, das wird, glaube ich, eh noch dauern Also keinen Stress Alter, lol Junge, springen super viele ab Ich bin mal sehr gespannt Direkt Chicken Dinner Naja So wie ich das immer mache I love you too Ja Geplayt steht auf jeden hier Hä, wieso komme ich hier nicht? Wegen dem, oder was? War es in PUBG auch ein Update? Ne, das geht ja nicht Das geht ja mal gar nicht Aha, danke schön Nicht dein Ernst Jetzt haben die alles abgebaut Und ich habe nichts Ist okay Ich hätte gerne eine Waffe Und nicht nur Munition Aber gut Das sollte man vielleicht Nicht zu laut sagen PUBG hat jeden Tag ein Update Ernsthaft? Seit wann? Was ist denn das? Was macht das? Was macht das? Ich habe keine Ahnung Okay Ich glaube, man sollte mal in Richtung Zone So langsam Für Anti-Cheat Das ist ja sehr lustig Na dann Lol Finde ich auch Wusste ich auch gar nicht Ja Habt ihr da oben auch was drauf gebaut Oder nicht? Ne Ja, macht mal was Habt ihr kein Jump Pad, Leute? Morgen Okay Wegen dem Raketenstart Ah, okay Hat sich früh verabschiedet Ist ja auch geil So Jo Ostseeurlaub Aha Und was passiert hier jetzt? Ich habe das anscheinend Noch nicht gesehen Ach, lol Die machen das schon cool Irgendwie Habe ich das Gefühl Die können das wohl Aber diese coolen Dinger Gibt es jetzt nicht mehr Hm Schade Genau Nicht zu spät kommen Entsorft Hä, lol Ich verstehe das noch nicht so ganz Hm Ich habe vergessen, wie ruhig es bei Hallo KiwiCave Es geht Vergessen, wie ruhig es bei Fortnite ist Und was kann der jetzt? Ach, das sind einfach nur Pilze Die hier Power sammeln, oder was? Gott Was? Was habe ich? Ja, das habe ich jetzt auch herausgefunden Daran muss man erst mal denken, du Aha Auf in den Kampf Oh, na toll Wer kriegt der zuerst? Weiß der Pech und Schwefel Ja, ja Hör auf Okay, das ist doof Nein Sanitäter wieder am Start Ja Wenigstens eine Sache Die ich hier Die ich hier hinkriegen könnte Ach naja, Leute Oh, jemand hebt mich sogar auf Wow Hallo Hallo, Mighty Was geht? Ja Hä? Hä? Ist voll der Bug? Ich wollte gerade sagen Ach, du Scheiße Leute Okay Top Was? Was ist hier Top? Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege Wenn keiner auf mich schießt Dann ja Hör auf zu wackeln Bitteschön Noch jemand Junge, was geht denn hier? Ich schaue gerade noch Ob ich jemanden wiederbeleben kann Sieht aber irgendwie gerade nicht so aus Ja, 50x50 ist das Das ist das Mega-Massaker Kollege, ich helfe dir Ich helfe einfach nur jedem Hallo Moin Moin Bist du eigentlich recht gut, ja Ich gucke gerade mal, wo noch welche sind Den ich irgendwie helfen kann Aber eigentlich Sieht es ja gerade recht gut aus Wo sind sie denn noch? Bin ich gerade blind? Wir sind auf jeden Fall in der Mehrzahl Das kann man schon mal sagen Lebensretterin Ja, ja Mach ich doch gern Habe ich dir gerade geholfen? Oder wieso meinst du? Hm Wo sind denn die anderen jetzt? Hallo Na Junge, Junge, Junge Wo sind denn die zwei? Weiß das überhaupt jemand? Weiß das überhaupt jemand? Hm Ach so Weil es wenig Leute gibt, die heilen echt Ich glaube da drin, oder? Geil Oh, ein Busch Ich will einen Busch Ich will einen Busch Zack Ich bin perfekt Mich erkennt keiner Seht ihr? Keiner erkennt mich Kein Mensch Kein Mensch erkennt mich Was ist das denn für ein Modi? 50x50 Ey, wir haben gewonnen! Toll Toll Nein, erkennst du mich wohl nicht So Das war doch eine coole Runde Ich glaube, ich gehe jetzt einfach als Heiler durch So Leute, das war es mit dieser Runde Und wir sehen uns in der nächsten wieder Bis dahin Tschüss Tschüss